so meine freunde willkommen zurück zu einer weiteren episode super mario world together mit krankenwagen action krankenwagen action ja das hört man richtig richtige action hier in düsseldorf los was da los egal ignorieren wir das alles zum richtigen zeitpunkt sitzen gekommen ich muss nicht bringen eigentlich will ich gerne weg bei uns in die haakerns wo ist er los jetzt haben die sägen und das hoch da in der mitte ich hatte ich habe da oh mein gott der kunde zurück ist der hardcore mode hat kommt für die gibt es den hardcore mode so und du bist hier irgendwo gestorben ich muss mir jetzt keine sorgen hier machen jetzt rennen nein ich warte hier richtung genau hat den bogen raus da war nichts drin oder aber sie zu verdächtig aus ich glaube da war nichts drin guck mal ich glaube das liegt nun zur hilfe ich komme da eh nicht dann stirbst wow was ich sterbe und willst wohl dass ich sterbe was alter was da für eine kranke stelle oh man ey aber ich schlafe auch beide aus wie tetris blöcke gerade oh mein gott schneller ging es nicht ne ihr kranken schweine von nintendo krass alter wir müssen gut gemacht ich weiß ich bin kein schlechter spieler ich bin ein guter spieler in neuschland die mich durchschnittlich würde ich sagen was bist du dann du hans wurst boah wie groß der ist richtige sonne sterbe ich jetzt ne ne stell nach vorne geht sie ganz runter ja da würde ich aber weinen das ist ja keine chance wandsprung gibt es ja nicht ne also noch nicht ne ich glaube ich kann hier einfach rennen oder auch nicht wobei wenn er ganz oben ist kann man glaube ich rennen jo eventuell was jo eventuell aber auch nicht ja wenigstens checkpoint hier freigeschaltet ja nice so muss das sein ja ich mache die rest gönn dir was denn hallo das großeinsatz in düsseldorf wirst du doch großartig ja ist ja nicht umsonst hier die kriminellste stadt auch rein in deutschland recht ich glaube ich nicht vor zwei jahren oder so war das mal so hör auf du wackeldacke das irritiert mich ich glaube nicht nur mich dann auch die zuschauer oha oha hey hast du es auch gehabt sind leck ja es gibt es nicht ja war das liegt mann ich glaube wenn du dies areal geschafft ist dann war es dass jetzt spaß wollte ihr nur ein bisschen rumskillen anführungszeichen rumskillen es war auch eine ungemütliche situation vermag ich zu sagen ach ja du musst ja noch gegen wendy kämpfen denkt dran also wenn du jetzt noch nicht gegen wendy gekämpft hast dann gibt es aber ärger er warte mal ganz kurz das leckte die ganze zeit merkt es auch ja machen wir ja noch mal erst mal weiter und schauen dann weiter wenn sie weiter so geht leute müssen wir echt eine lösung finden eine feder vor wendy gut so können wir das schaffen ich habe es noch nicht ohne irgendwas kämpfen muss total komisch man das ist mein internet oder dein internet stabil meint irgendwie auch aber okay machen wir weiter ach wendy so eine ja so ein lemmy oder igy fake voll easy eigentlich gibt sie auch in mario kart 8 ja alle kuperlinge gibt es mal richtig dumm ich finde ihn sogar einfacher als ig mein zweites castle leute einfacher als ig oder ich weiß nicht ich habe ich nicht gemacht ich verhalte es sei auf jeden fall deutlich einfacher aus als ig weil ne bei ig war es ja quasi keine ebene fläche sondern so ja und vor allen dingen die dinger die flogen nicht symmetrisch was angemalt das ist ja mal geil das ist ja mal geil das haben die gut gemacht wendy was oh koopa in castle 6 has sung her last song luigi must meet the challenge that is now before him there is a second ship that appears to be a getaway to do the way of the opusen ja eigentlich skills sind phänomenal leute nicht gateway sondern get away oh also so eck und ich hatten jetzt eine idee es gibt da nämlich noch zwei level die wir auf jeden fall machen müssen und wir reden hat nicht von der rainbow road es gibt dann nämlich noch weil ich bin vorbei es gibt dann nämlich noch diese zwei röhren zwei weil es einmal einen chocolate island gibt und es gibt noch einen donut land und die beiden sehen wir jetzt hier es gibt einmal den hier das ist das chocolate secret und es gibt oben links noch das donut secret und das werden wir beide jetzt noch erledigen wow oh nice wie ich denn das schon mal geschafft ach cool die kann man mit dem drill jump besiegen ey warte mal der drill jump ist op in diesem spiel ich würde schon sagen Hacker spielt Fußball Hacker spielt Fußball Hacker spielt Fußball oh Alec was ist denn da los das finde ich gerade irgendwie uncool ich auch Hacker Hakan mag mich nicht mehr. Wow. Nice. Epic. Du könntest auch auf die Rausch springen, auf diese Footboils. Also keine falsche Scheu. Pass auf, er kommt. Alter, renn doch mal vorbei. Da geht's nicht rein. Jetzt gibt's ja eh Kanzliquid Exit in Similevel, Bro. Nicht? Mach doch schneller. Renn einfach und dann spring. Jetzt genau. Das war gut, ne? Oh. Ach, egal. Ich ignorier's. Ja, ein Wertsternwürst, wüsste ich geholt. Das war keine gute Idee, ich weiß, aber... Stopp. Ah, nur rutschen. Nur rutschen. Ja, danke, Eckram. Du bist nicht gerutscht, du bist ganz so oft gestanden. Mit heavy legs. Wow! Weiter rutschen? Ja, ja, mach weiter. Wow, der Manscher. Wow, er ist rein. Nein. Was, was das? Hoffentlich. Nein. Gott, ey. Ich glaub, die wollen einen echt quälen, die von Nintendo. Wobei, sieht nach Ende aus. Ich muss ja, glaub ich, jetzt rennen. Du musst jetzt rennen, ja, rennen. Nein! Ich hatte auch Drilljump. Ja. Das ist unfair. Man, Regi. Ich war doch noch ein. Man, Regi. Ich war doch auch ein Athlet. Hör doch noch ein Athlet. Ich war doch noch ein Athlet. Lass mich nicht einfach. Das ist schon ein Athlet. Oder ein Athlet. Das ist nur noch ein Athlet. Oder ein Athlet. Das ist schon ein Athlet. Und ich war doch noch ein Athlet. post da gab es auch immer solche chips und das ein gesunkenes er hat ja also luftschiff er steht ja so ich dachte er der buchstabe er was so nein ich dieses level das war doch voll dumm über buch oder ich weiß aber recht einfach also ich habe da jetzt nicht solche erinnerungen daran dass es schwer ist du musst einfach nur gutes timing gefühlt haben so dass du halt im richtigen moment aufpasst aber sonst ist eigentlich relativ wie sie kann ich meine kannst du ja sogar hier weiter waren aber der hat konzentriert muss eine gute reaktion hier haben wir habe ich nicht da ist wie durch die durch hat mich doch nicht so macht er dann da vor dem ist nicht eingeladen du bist nicht eingeladen geister party erstmal der mobbingkreis ob du das ist eine ziemlich ungemütliche situation in der du grad bist ne sind sie ziemlich gut mein bros echt mein bros der bros wenn wir aus wo ich würde lieber die andere richtung gucken aber egal ich glaube du hast gleich geschafft mit der helfe des levels ein leben kommt schon noch ein stern weiter weiter die kette geht noch oder oder die kette geht noch doch doch wenn ich alles verfehle dann ist mir so nicht oh mann nein ich glaube jetzt ist das leben auch beendet ja oh junge was war denn das der bericht locker 10 20 abs fahren können aber ich eigentlich schon hab nichts auf die reihe gebacken bekommen dafür dafür haben wir jetzt den eingang in bowser festung freigeschaltet hi bro guck mal da bin ich yo ballet of bowser ja elke macht jetzt schon mal mit der sitten welt weiter während ich jetzt erst mal ach nein was machst du da war doch gut diesmal nehme ich glaube ich auch den mittelweg ich glaube das wäre sogar eine gute idee oder ja kann man die nicht nehmen doch doch kann man schießt hoch von unten oder so pass auf du hast gesagt schießt hoch na ja ich hab gesagt schießt hoch aber du hast dann einfach also von unten nach oben ach so stimmt das geht auch mann das geht hoch oder ja das geht dein leben danke geh für uns waren aufs farm was ja können wir ja später machen nach der session ah hängt fest wow sonnenrollenbreaker so und jetzt geht es so langsam los mit dem richtigen spiel dem richtigen spiel tisch wie bei maulwürfen ja was ist das überhaupt für gegner keine ahnung das mal naja was ach keine ahnung ich check's auch nicht ich habe unten irgendwie haken rum holger holger das ist nicht schwer runter ha mancher ach du musst auf dem drauf glaube ich ne da war doch was da kommt es glaube ich ein oder ja ok das ist gut zu wissen manche 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 ja gehen wir erstmal oben lang ey cool wow nice das ist richtig gut 3 level ups der mond choc güzel choc aber choc güzel was ja das war dumm jetzt kommst du glaube ich über hoch oder nope und unten ist glaube ich keine gute idee ok kommst du da noch lang ah nice ich würde da ganz oben würde ich lang gehen nein nein ich glaube ich musste das machen um diese jetzt kommt so ein choc glaube ich oder ach ok ja wie ihr das spiel ich schon auswendig kennt leute trick 17 natürlich am ende musste das noch passieren jetzt sterbe ich noch oh bitte beeilig beeilig wow nein police und bist du auch nein nein wow dürte ihn doch einfach haha ja jetzt ist bist du nur in der zwickmühle schnell ha 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 angst hab clock ich hab »aarел »g wirали Clerche bekommen das finde ich super also ich finde das auch mehr für mich ja ich gebe dann einfach zwei leben damit haben wir noch ein bisschen mehr zeit bevor wir uns ein großer warpoint ja großer punkt ist dahin im hintergrund das sind gelbe augen am schloss von bose also wo man nicht übertauschen nein ich mache das ich mache das glaubt er macht diesen game over screen werden wir noch öfter sehen nein wenn ich regel immer ein leben gebe ich meine nur ja noch besser der krim der geht jetzt hier ab weil er vor zwei und hier gibt es wohl anscheinend ein secret und natus wieder also kann weg der natus ist einfach nur ruhe oder ist ein ein pilz nicht im pilz man ja eine fehler das meinte ich war endlich der der gibt gerade zwar gas aber der hat immer noch so seine probleme mit den einfachen stellen des spiels glaube ich halte das ist nicht gerade dein ernst ja doch ich werde ich noch an zeit mangel sterben ja du hast ja noch über fünf minuten boah hat der glück gehabt es war alles geplant lag hoch 10 also schassers und pilz allen mit den 1 da hätten wir das auch schon mal für dieses level also anscheinend geht das spielen nicht mehr so lange welche worte ich jetzt hier als die gewechselt was das ist was da ist eine blume gewachsen was das nee du hast du hast eine fehler bekommen was so wird die nirgendwo jetzt und jetzt und nein dieses level und nein ich habe daran schlechte erinnerungen und zu schnellen rennen rennen und weiter und aufpassen und los Spaß aber muss denn los werden jetzt gleich also da rechts siehst du ja ist da so eine kleine lücke da muss ich dann warten der luigi der luigi der rutscht ja ja der luigi rutscht so hart guck mal Leute ich stehe dazu dass ich schlecht bin ja hey mittlerweile schaffe ich den Jump wenigstens ich bin auch nicht gut in diesem Spiel siehst du doch siehst du doch fang ich mal aber wenn du nicht gut bist was bin ich denn Katastrophe oh one up never gesniped man kann sagen was man will ist ein richtiger Sniper was Feder nein nein da kriegt man immer nur Pilze nein doch nein wirklich nein nein aber oben links krieg sie leider heavy lag bei dir auch ja jetzt gerade das ist nett Leute das müsst ihr entschuldigen ich bin das nämlich gerade über dem pc zusammen und da ist es manchmal so oh mein gott was machst du da sorry alter mein herz ja ich dachte man kann da oben hochglicken oder so aber einfach ging es nicht wie er abgeht Leute richtig am rumbragen gerade was bin eben gestorben die küsse lasse ich mich bieten na jetzt musst du warten na genau und dann musst du gleich wieder in der mitte stehen da ja ich ja ria update oh ist jetzt echt noch geschafft wenn ich gerannt wäre oh jetzt muss er wohl rennen jetzt musst du rennen genau jetzt kannst du noch die joshikäu ne brauchst du gar nicht ich bin ja eh gestorben alle joshikäu ich vorhin eingesammelt habe wir sind weg ja eben das war natürlich sehr schlau gemacht warte mal das heißt ich muss da oben ok was ist das denn für ein level ey jetzt mal ganz ehrlich wow wow jungen 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 zwei millimeter aber richtig das muss ich glaube ich auch noch ein secret geben ne alter muss ich mal damit aufhören jetzt guck mal nach rechts ob es da vielleicht ein secret gibt ne ich glaube nicht guck wusste ich es doch ey aber irgendwo muss es doch hier ein secret geben secret de exo gib gas gib gas genau 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 keine lust nur auf dieses level irgendwie schon irgendwie jetzt nervig aus nein nein ich sterbe was machst du da jetzt mal ehrlich ich hätte durchrennen müssen aber ich hab's irgendwie verplant was ist da rechts was ne ist da rechts was ne wow what da jetzt wovet ich glaub oben links ist es was nein 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 ganz bestimmt nicht hörst doch zu du willst mich doch nur töten wo sind das secret dann ha wahrscheinlich kommt es noch wir müssen die stelle hier nochmal machen das war ziemlich nervig das war echt nervig wow nein 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 oh alter was ist das denn was ist das denn was ist das für ne kranken stelle jetzt renne ich aber um mein mutters leben wow ja rauf lauf lauf wow wow ha kennst du sie nicht wenn du grad fliegst und danach diese drehtaste drückst dann ist der ganz kurz unverwundbar echt ja aber ich bin ganz ehrlich das habe ich aus Reflex gemacht so aufs glück gehalten ja sag ich ja es war nicht gewollt aber es ist halt möglich aber wie kommt man da jetzt hier gut das ist eine frage die sich mir jetzt gerade auftut mir auch vielleicht hätte ich eben doch die checkpoint in der mitte nehmen sollen na das wäre glaub ich gar keine schlechte idee so pass auf ja diesmal habe ich drauf gehabt nein haka ignorieren wir jetzt erstmal aber jetzt nicht nice so ich brauche ein Leben das ist halt Leben ich brauche ein Pilz haka noas ich glaube dazu muss ich jetzt gerade nichts sagen oh mein gott ich glaube dazu muss ich jetzt gerade echt sagen was ich glaube wir enden den part erstmal an der stelle ja leute leute ich glaube das spiel will einfach nicht dass ich jetzt weitermache danke für zugucken haut rein was gut bleibt und ciao eure bangbros und ich rege mich gerade nicht auf nein und ich rege mich gerade mal wieder auf nein ja die 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 das ich das die 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 Vielen Dank.